Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Minecraft. Ja, wie sieht, habe ich hier einen Riesen-PC gebaut. Der ist jetzt sehr cool. Tastatur, PC 59113, die Marke. Den habe ich selbst erfunden, gebaut. Ja, hier sind halt die Tastaturanzeigen, also die Zahn, A, A, B, C, das Alphabet. Ja, dann gucken wir mal hier in der Truhe, was hier drin ist. Ja, hier ist ein Buch. Interessant, okay. Dann benutzen wir jetzt mal, schreiben wir einfach mal meinen Raum hier drin. Suchen wir mal das G. Hier ist das G. Stopp. G. Okay, wollen wir hier blocken. Das G ist da, seht ihr es? Ja. Dann G, O. O, O, O. Hier ist ein O. Das K direkt hinterher. G, O, G. Und hier das U. Hier ist es. Was sagt ihr? Findet ihr das hier geil? Gebt einen Daumen nach oben, bitte. Goku steht hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war es eigentlich schon. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie dieser PC eigentlich so funktioniert. Man könnte es jetzt auch hier, das hier wieder weg machen. Das ist weg. Dann das hier. Weg. Du bist ausgelöscht. Ja. Und das U. Oh, das U hat manchmal ein paar Macken. Ja. So, das Ganze hier ist ziemlich cool. So sag ich zum Beispiel. Und ja. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.